so ein herzliches willkommen zurück zu meinem blatt let's play so ja wir waren hier stehen geblieben da müssen jetzt so eine blöde spinne platt machen ich weiß nicht wie ich das machen soll voodoo puppe hat ja kein einfluss auf das ding sprengen wird auch nicht so gut klappen im wasser da werde ich wohl das disk gerät hier ausprobieren müssen das wird schwierig mit dem blöden wasser die ist eine spinne und das blöde ist da unten sind fische what the fuck what the fuck wer will mich hier anpissen stirb du verdammtes misstück von fisch willst du es mir nicht leicht machen was fliegt denn da oben noch rum zufällig what the fuck ey hab ich dich f6 hier rauf so na noch warum versinkst du in den boden hinein wo bist du zeug dich komm komm raus ach komm schon damit ich diese spinne angreifen kann warum bist du unter dem wasser warum ist das so was zur hölle was hast äh unter dem wasser sag schon unter dem boden meine ich was hast du unter dem boden verloren was mache ich gegen diese verfickte dreck spinne jetzt ich glaube das spiel möchte dass ich die spinne einfach da lasse aber das möchte ich nicht warum sind die fische unterm boden warum ist das so gut bleiben wir hier stehen muss ja da irgendwie sein das ist doch nicht wahr ey man will es nicht glauben und wenn man dann die spinne versucht anzugreifen man aha ach jetzt komm her verdammte scheiße nein ist nicht will die munition behalten wo bist du oh du gehst mir auf den geist wie das auf den sack geht aber der muss weg ich aha der wird mich sonst immer wieder beißen wo bist du oh cool nice nice hier können wir auch nochmal auftauchen ach da sind wir bei fetti fetti so oh es ist der dämliche fisch also wir müssen hier tatsächlich nicht unbedingt sonst uns der spinne zeigen ich will aber ich will hier alles töten und auch diesen verdammten fisch komm her der fisch geht stirb okay stirb einfach was ist das zum kotz dass der unter dem boden backt ne ne oh male ah es ist bist du jetzt tot oder lebst du immer noch oh der lebt doch immer noch ah der lebt immer noch fische die unter dem boden leben ne das ist klasse es ist es ist echt verbackt ja wer mag das nicht ich will es nicht glauben ja gut stehe ab man halt dich endlich mal bei mir oh oh my fucking god so endlich jawoll wie ist denn tesla im wasser so normalerweise müsste das ziemlich und schön sein aber natürlich nicht bei plattfüßig ne jawoll so lobe ich mir das aber eins will ich nochmal testen testen wie schnell würde das mit altfeuer gehen ach komm lass dich treffen man ich glaube das geht langsamer jup altfeuer ist mich grundsätzlich schlechter irgendwie ist das wirklich so deswegen nehmen wir uns den hier spart munition ok so dann haben wir das gut ne da müssen ja da können wir eigentlich doch hin landen wir ja direkt dahin wo wir hin müssen wo wir hin müssen zack na gut dass wir die munition da bekommen haben ach du verdammt geh weg ja komm her jawoll jep perfekt so gut nehmen wir ein medkit was wir nicht brauchen ok weiter gehts oh ihr wollt auch mal wieder mitspielen ihr kleinen rettchen zu so zack weg seid ihr so zack weg seid ihr ah schön wärs weg mit euch oh ha 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 immer dieses kleine vieh gedönsel ne na so Oh ja, wie soll es uns nicht sehen, ne? Wir sind auch in keiner Weise sichtbar. Nein, gar nicht. Alles ist positiv hier. Vielleicht die weite zusammenspringen. Boah, kann man so stehen lassen. Dann haben wir euch noch. Okay. Gibt da noch was? Ich glaube nicht. Nein. Alles ist mausetot. Gut. So. Ich möchte möglichst nicht alle einzeln töten, aber das ist wahrscheinlich nicht anders möglich. Bei denen könnten wir ja auch hinten in den Arsch schießen, ne? Theoretisch. Ups. Der war gut, ne? Der war klasse. Ich weiß. Der war gut. Der war fantastisch auf alle Fälle. Zack. Du noch. Zack. Und du noch. Du möchtest auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Dann auch gleich richtig machen. Ach, da ist ja noch mehr. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Könnt man natürlich auch damit seinen Spaß haben, ne? Das ist jetzt, ja? Liegt das gut? Ich hoffe. Da muss ich jetzt ein bisschen wegen der Lücke jetzt aufpassen, das ist shit. Das ist schwieriger. Könnten wir mal einen Test starten. Ach nee, das ist... Ach scheiße, ich überspeichern müssen, ne? Ja. Ah. Egal. Da muss ich jetzt sterben. Cool. Ah. Oh, der hat aber gutes Zeug hinterlassen, das geht schon. Mhm. 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 Nice, nice. Weiß zugefallen. Oh, und deine Munition hast du zufällig hier unten abgelegt. Die ich trotzdem nicht erreiche. Aus irgendwelchen Gründen. So. Ach komm. Du siehst ein, dass du sterben musst. So. Okay. Okay. Sieht glaube ich jetzt clean aus. Ja. Sieht gut aus. Was haben wir da hinten noch? Muss man da auch was hinschmeißen? Ah. Na ja. Probieren wir mal unser Glück. So. Ähm. Hier? Hier. Ja. Es ist nur eine Etage Höhe. Gut. Kriege ich jetzt gleich Munition? Ja. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Sehr gut. So. Ne, da ist nix. Oh, die ganzen Herzen. Nice, nice, nice. Jawoll. So lobe ich mir das jetzt. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Gut. Okay. Weiter geht's. Ach. Ihr wollt auch mal wieder dabei sein. Na ja. Ist ja kein Thema. Was? Warum hat der jetzt? Hat der jetzt eben gebrannt? Äh. Was zur Hölle? Ah. Goddammit. Wo bist du hin? Hier. Dein Kollege. Der Kopf deines Kollegen. Hab ich das nicht gut gemacht? Ist sie jetzt stolz auf mich? Ich hoffe doch. Wie die immer. Dass sie weg sind. So. Ah. Okay. Ja, ist interessant. Hier ist ein Secret. Gimme that. So. Hm. Und die Ecke. Ist. Ist. sehr. 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 Böse. Da fahren wir nicht mehr so viel. Ähm. Ja. Das ist scheiße. Scheiße. Denn da ist nämlich was, was mir nicht gefällt. Hm. 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 Vielleicht. Ihr seht es schon, ne? Was mir da nicht gefallen will dran. So. Ich darf die nicht zu weit hinlegen. Ah. Ich probier's mal. Oh oh. Oh oh. Hahaha. Der Plan ging nicht auf. Da muss das ein bisschen... Boah. Das ist aber... sehr weit vorher explodierend. Das muss man dem ja wirklich lassen. Okay. Ah. Ne. Das wird nix. Das ist scheiße. Dann müssen wir das anders machen. Ah. So. Ah. Perfekt. Warum... Warum uns so unnötig schwer machen, wenn das auch einfacher geht. Ich finde den Schlüssel. Na ja. Logisch. So. Ähm. Okay. Ach ja. Der fährt die Kreisel. Hahaha. Ja. Muss mal gucken. So. Jetzt mach ich das ein bisschen trickreich. Hahaha. Oh. Da kommt er schon. Scheiße. So. Ich hoffe, dass der andere Fetty jetzt nicht kommt. Ach. Komme. Ach. Hat eh nur einen Helfer. Gut. Ach. Nun komm doch hier rum. Junge. Das ist nicht so schwer. Ach. Ach. Mein Junge. Ach. Schisse. what's your problem to get around here sag es mir wir können das problem natürlich auch so lösen wenn dir das lieber ist ist das kein thema oh no der andere fertig kommt der kotz kotz seinen kollegen anpasst schon diese intelligenz ich feiere diese intelligenz warte fack willst du was meinst du bist was besseres naja komm mal her hier wirst du mal sehen was du davon hast hier mich hier so zu ärgern ja na wie ist das gefällt das denn wenigstens was will ich doch gemeint haben ich gebe mir extra mühe wo die kümmer auch weil ich auch anzünden können können tut man vieles aber mussten obwohl wenn wir jetzt ach komm nimmt doch mal das ding hier nimm doch mal mein ich die tasten immer nicht finde egal jetzt sind seit ihr nicht mehr zusammen also von daher hat sich das eh schon wieder erledigt durch die gute alte stechtechnik ist immer noch die beste das gute alte zu stechen so ein nach dem anderen jetzt schenkst du natürlich so doof an der wand da müssen wir deinen kollegen nehmen das ist auch kein thema das lässt sich schon irgendwie einigen so nehmen wir deinen kollegen das gute alte stechen das ist immer noch das beste muss man auch keine emotionen veraufwenden also das ist einfach der shit hier guck mal hinterlässt noch ein herz ich fixe immer ordentlich in den arsch das haust du auch ab ist doch muss damit rechnen dass man dann dir in den arsch piekst das nicht bitter wenn du von einer mist forke zerstochen wirst dass du dich nicht mal gegen sowas wehren kannst ja das ist das ist schon eine bittere pille naja so noch einer auch das waren sie alle ja siehst du wohl so einfach so ist fertig zu sehen und das muss ich ja sagen für dich mal richtig cool ich will ihn gar nicht wissen wie viel arbeit das gemacht hat das ja zu designen ein hoch auf den level designer also das ist echt wirklich zu geloben ne komm wo war das jetzt ist irgendwo ein secret ich weiß das ach come on ich weiß dass hier ein secret war was mache ich jetzt verkehrt secret sesam öffne dich ach scheiße was mache ich denn jetzt das falsch hier ich weiß dass hier ein secret war 100 pro das will ich haben das secret wo wieso kriege ich das jetzt nicht auf was habe ich jetzt hier verplant verdammt ah vielleicht auf der seite ah jetzt so voodoo puppe könnte man da ja theoretisch einsetzen weil da ja noch eine volle ist ähm herzen aber ich glaube hier sind vielleicht auch noch welche oh hallo süßer du bist es du bist definitiv keine voodoo puppe jetzt wert also das ist nun wirklich ja ne ist klar ist schon recht ist schon recht ist schon recht ah du hast mir ein herzen gegeben ja ist auch gut er spart mir die suche nach einem obwohl die sind ja auch ganz viele so ok doki dann nehmen wir auch diesen schlüssel hier mit mal shotgun shells ach ja hier hatten wir schon aufgeräumt interessanterweise ach ne das berg hat kein zombie sah eben aus wie ein zombie aber ist ja gar keiner ok wie lange nehme ich mich schon auf weiß ich gar nicht ah muss langsam zum enden kommen ich merke schon ähm aber es dürfte auch nicht mehr viel sein oh ja du bist es mir wert nein warte 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 fack ernsthaft diese scheiß voodoo puppe ey das power guckt euch an wie viel besser das so geht ne mal wieder so du bist es mir wert auf jeden fall jetzt jawoll perfekt dann hole ich mir jetzt noch die neue voodoo puppe whoodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe hier. So. Wutoboppa. So. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt nicht mehr aufgehst? Ach, come on! Leck mich am Arsch. Und ich hab keinen Stand. Er war anders. Räh mich an. Ja. Bullpiss. Scheiße. Hm. Hm. Ja, das ist... Und es war auch nicht hier oder so, ne? Spiel, du bist ein Arsch-Gesicht. Egal. Scheiß drauf. Spiel, du bist ein Arsch-Gesicht. Ja. Musst du jetzt hin im Spiel. Du bist ein Arsch-Gesicht. Das ist ja ein Dreck. Na gut. Äh, wo muss ich jetzt hin? Hier durch. Genau, hier durch. Und dann hier durch. Und dann hier durch. Äh, was eine Schande. Ach, come on. Wie ist auch nix mehr, ne? Ach, scheiße. Ist das, äh, Mist? Ist das wirklich? Na, es ist shit. Das ist shit. Das ist shit. Das ist wirklich shit. Na gut. Lässt sich nicht ändern. Ist halt dann so. So. Na gut. So ein ärgerlicher Mist. Okay, raus hier. Sonst hätte man vielleicht vorher testen sollen, dass das ein Einmal-Secret ist. Ja. Naja, gut. Okay. Ja, das war's mit der Raw-Switch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das Level ist. Aber ich glaube, dass es erst Level 5, was so elendig ist. Ich weiß gar nicht mehr, welches jetzt als nächstes kommt. Aber, ja. Naja, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.